Tasmanien, die kleine Insel südlich von Australien. Ein weltweit einzigartiges Naturparadies. Zusammen mit vier Kollegen ist Lalani Hyatt für das etwa 1000 Quadratkilometer große Arthur-Pyman-Schutzgebiet verantwortlich. Insgesamt steht knapp ein Drittel Tasmaniens unter Naturschutz. Im Arthur-Pyman-Schutzgebiet mitsamt seiner Küste ist das Fischen und Jagen streng reguliert. Dies zu kontrollieren ist eine der Ranger-Aufgaben. Auf dem Wasser entdeckt Lalani Hyatt ein Boot mit Tauchern. Haben sich professionelle Taucher für Judge Rock bei uns angemeldet? Lalani erfährt, dass die Berufstaucher legal hier sind und dass in der Station ein verwaistes Wombat-Baby auf sie wartet. Beuteltiere mögen Beutel. Auch wenn es nur der blaue Wollsack ist, der immer dann zum Einsatz kommt, wenn verirrte Jungtiere gefunden werden. Keine Spur von den Eltern. Blutet es irgendwo? Nein, es ist nur ziellos umhergeirrt. Ich denke, es ist noch zu jung, um sich selbst überlassen zu werden. Ja, es ist noch zu jung. Touristen haben das Wombat-Baby neben der Straße gefunden und an der Ranger-Station abgegeben. Wahrscheinlich wurde das Muttertier überfahren. Lalani Hyatt hat das Tier zu Judith Sinnott gebracht. Sie ist ehrenamtliche Stiefmutter für verwaiste Wildtiere. Viele hundert Wombat, Känguru und andere Tierbabys hat sie großgezogen und in die Wildnis entlassen. Draußen im Garten sind die Ställe. Das kleine Känguru wurde aus dem Beutel der überfahrenen Mutter gerettet und mit der Flasche großgezogen. Fuchs-Kusus sind nachtaktive Beuteltiere, ebenfalls häufig Opfer des Straßenverkehrs. Lalani Hyatt's Patrouillenfahrt führt weiter durch die wilde Küstenlandschaft des Tarkhain. Der Strand bei Eppel ist der einzige befahrbare Weg in der Wildnis. Manchmal sitzt Lalani fünf und mehr Stunden am Steuer. Er� mer rejecting sich und schtaaarrt und in den Kär attention von Telegas. Der Ricker ist ein Baron des Tarsche Haners und der Konunk율as. Es gibt ihre耳er Mensch und schlappe An der Tasman-Situation. Auf der spanischen Küste tosen die Roaring Forties, starke Winde von Südwest. Ungehindert trifft hier die Brandung auf, die sich auf dem Meer zwischen Südafrika im Westen und Tasmanien aufbauen konnte. Nur Seetang widersteht der Wucht der haushohen Wellen. Bis zu 60 Meter lang werden die Algen der unterseeischen Kelbwälder. Zwischen den Algen versteckt sich der Fetzenfisch, eine nur hier heimische Art aus der Familie der Seenadeln. Durch die abgeschottete Insellage ist Tasmaniens Tierwelt nicht besonders artenreich, aber sehr speziell. Viele Tiere, wie den Gelbbauch-Sittich, gibt es nur hier. Der Tüpfelbeutel-Marder hat hier keine Feinde. Anderswo ist er ausgestorben. Die Tiere und Pflanzen Tasmaniens sind verwandt mit Arten in Südamerika, Afrika und Indien. Vor 150 Millionen Jahren gehörten diese Erdteile zum Urkontinent Gondwana. Dann zerbrach die Landmasse und driftete auseinander. Von nun an entwickelte sich das Leben auf den Kontinenten unabhängig voneinander weiter. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Auf dem Weg zur Ranger-Station entdeckt Lalani Hayet ein totes Tier am Straßenrand. Es ist ein tasmanischer Teufel, den es nur hier auf der Insel gibt. Seit einigen Jahren ist fast die Hälfte dieser Tiere von rätselhaften Tumoren im Gesicht befallen. Jeder Fund eines Beutelteufels muss deshalb registriert werden. Lalani ruft den örtlichen Experten Jeff King. Er wohnt in der Nähe. Zehn Minuten später ist er da. Keine Anzeichen für einen Tumor. Ein ganz junges Tier. Jeff King wird den Beutelteufel in seinem Labor genauer untersuchen. Jeff King verbringt mehrere Nächte im Monat damit, die örtliche Population zu erforschen. Ein überfahrenes Känguru dient als Köder für die kleinen Raubtiere. Jedes gesichtete Tier wird identifiziert, sein Alter geschätzt und das Geschlecht bestimmt. Jeff King kann für den Nordwesten Tasmaniens Entwarnung geben. Die Seuche ist hier noch nicht angekommen. Die scheuen, nachtaktiven Aasfresser konnten dem Duft des Köders nicht lange widerstehen. Biologen vermuten, dass die Seuche bei den häufigen Beißereien am Fressplatz übertragen wird. Bei den Nordwesten Tasmaniens Entwarnung zum Beispiel. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.